Uff, Februar war ein verdammt langweiliger Monat. Der weltweit wichtigste Aktienindex S&P 500 dümpelte sich einen ab. Die Suppe ging rauf, runter, rauf, runter und am Ende ein bisschen mehr runter. März verspricht deutlich mehr Action. Während der Finanzkrise sahen wir im März 2009 die absoluten Tiefs. Schauen wir, wie es dieses Jahr so läuft. In diesem Video stelle ich dir drei spannende Aktien für März 2023 vor. Für jeden Monat gibt es eine defensive, ausgewogene und offensive Aktienidee. Gib mir ein frühes Like, um dir positives Börsenkarme für März zu sichern. Danke dir. Starten wir mit einem kurzen Marktausblick. Aktuell notiert der Firm-Greed-Index bei 58. Das heißt, die Marktteilnehmer sind gierig. Das ist das Fundament für fallende Kurse. Die Bank of America sieht es genauso. Sie rechnet mit einem bärischen Markt. Der Hauptbibliotäter ist mal wieder die Inflation. Die Bank rechnet damit, dass die FED weiterhin eine strafe Geldpolitik verfolgen sollte. Im Klartext heißt es steigende Zinsen, die auf den Aktienmarkt rücken. Und tatsächlich, diese Prognose könnte aufgehen. Die Inflation ist im Januar unerwartet stark gestiegen. Dieses Schaubild zeigte die sogenannte PCI-Inflation. Die US-Notenbank FED schaut mit Adler Augen auf diesen Indikator. Eine unerwartet starke Inflation spricht dafür, dass sie weiterhin straffen muss. Das kann die FED aber nur, wenn die Wirtschaft stark ist. Und das ist sie. Die US-Arbeitslosenquote befindet sich auf einem historisch niedrigen Niveau. Die Notenbank kann also weiterhin eine straffe Geldpolitik fahren. Es sieht also bärisch aus. Ich persönlich bin leicht bärisch eingestellt. Einen großen oder epischen Börsencrash erwarte ich kurzfristig jedoch nicht. Deshalb kann man auch im aktuellen Marktumfeld investieren. Die Aktien sollten aber unbedingt handverlesen sein. Die Zeiten sind vorbei, wo du irgendwelche Tech-Böller gehirnlos kaufen konntest und alles hoch ist. Das hatten wir 2020 und Anfang 2021. Jetzt leben wir in der Börsenphase des Stockpickings. Ich bevorzuge für März und wohl für die nächsten Monate diese Strategie. Du überweist dein Geld zu einem Broker mit Tagesgeldkonto. Hier finde ich Trade Republic und Scalable Capital am besten. So kassierst du wenigstens 2 oder 2,3% auf deine Einlagen. Dann gammelt dein Cash nicht nutzlos herum. Wenn sich eine spannende Chance im Aktienmarkt ergibt, würde ich eiskalt zuschlagen. Die Handelsrepublik lohnt sich vor allem für kleinere Konten, wenn du zum Beispiel Summen wie 100 Euro investieren möchtest. Scalable würde ich bei Aktienkäufen ab 500 Euro und größeren Cashreserven wie zum Beispiel 10.000 Euro bevorzugen. Ich habe dir beide Broker unten im ersten Kommentar verlinkt. Klick rein, wenn du noch keinen Broker hast oder viel zu teure Gebühren bezahlst. Kommen wir zu meinen drei Aktien für März 2023. Beginnen wir mit der defensiven Aktie. Normalerweise stelle ich hier eine Dividendenaktie vor. Heute muss ich aber eine Ausnahme machen. Es ist Alphabet. Das ist der berühmteste Prügelknabe der letzten Monate. Der Suchgigant bringt es auf einen Börsenwert von über 1 Billion Dollar. Man ist seit über einem Jahrzehnt hoch profitabel. Deshalb habe ich mir die Freiheit rausgenommen, Alphabet als defensives Investment einzustufen. Vor ein paar Monaten hätte das absolut niemand hinterfragt. Google war ein Suchgigant. Daran gab es 0,0 Zweifel. Doch dann kam ChatGPT und das Narrativ änderte sich. Man liest plötzlich überall vom Google-Killer. Ich liebe solche Situationen. Das sind oft spannende Kaufchancen. Das gleiche hatten wir bei Meta vor ein paar Monaten, als das Metaverse unter die Räder kam. Damals wurde über Zuckerbergs Pläne gelästert und gespottet. Und was passierte? Die Aktie konnte sich in der Spitze mehr als verdoppeln. Bei Alphabet brennt es jetzt genauso an allen Ecken und Enden. Das Papier ist die letzten Wochen um 17% eingebrochen. Die Aktie ist deutlich defensiver, als Meta einzustufen. Deshalb ist es eine ganz große Menge. Hinter der Panik stecken Googles Werbeeinnahmen. Das ist eine Hauptumsatzquelle von Alphabet. Steigen die Leute auf ChatGPT um, brechen die Werbeeinnahmen ein. Je stärker Googles Marktanteil abnimmt, desto weniger Unternehmen schalten dort Werbung. Logisch. Google hat einen Marktanteil von über 90%. Konkurrent Microsoft gammelt mit Bing irgendwo bei 4% herum. Doch das könnte sich nun ändern. Bing konnte seine Besucher in den letzten Wochen um 15% steigern. Wie haben sie das geschafft? Microsoft hat mehrere Milliarden in OpenAI investiert. Das ist das Unternehmen hinter ChatGPT. Sie haben das Know-how genutzt, um einen eigenen Chatbot rauszuhauen. Er heißt Sydney und beruht auf ChatGPT. Und jetzt rat einmal. Wie kannst du Sydney nutzen? Natürlich über Bing. Du kannst dich dort seit ein paar Tagen auf eine Warteliste setzen lassen. Dann wirst du irgendwann freigeschaltet und kannst ChatGPT über Bing nutzen. Der Google Konkurrent bietet sogar einen entscheidenden Vorteil. Die Daten auf ChatGPT selbst reichen nur bis 2021. Die Version auf Bing hingegen kann auf die aktuellsten News zugreifen. Im Endeffekt dreht sich alles um diese eine Grafik hier. Googles Marktstärke ist erdrückend. Um sich eine Scheibe abzuschneiden, braucht es krasse Maßnahmen. Und genau das macht Microsoft gerade mit ChatGPT. Man geht all in, weil man nichts zu verlieren hat. Bing ist ein winziger Zwerg. Klappte Angriffe mit Sydney, hat man fett was zu gewinnen. Geht der Angriff schief, pfff, halb so wild, juckt keinen. Dann verliert man ein bisschen Geld. Das sind nur ein paar Kröten für Microsoft. Die paar Milliarden Investment sind das Risiko definitiv wert. Der potenzielle Gewinn ist umso verlockender. Wir sehen einen Kampf zwischen Microsoft und Alphabet. Aktuell wird heftig Staub aufgewirbelt. Überlegen wir uns einmal, was passiert, wenn dieser ganze Staub weg ist. Aktuell gibt es offensichtlich einen Chatbot-Hype. Die Medien sind voll davon. News dazu kommen wie am Fließband raus. Aber ganz ehrlich, wie oft nutzt du ChatGPT für deine Suchanfragen? Ich nutze den Chatbot gar nicht, weil er für mich keinerlei Mehrwert hat. Für mich gewinnt die Google-Suche eindeutig. Kein Kumpel von mir nutzt ChatGPT ernsthaft. Der Chatbot wird nur für meine IT-Freunde ausgetestet. Ja, im unternehmerischen Bereich hat er einen deutlichen Mehrwert. Doch das ist nur ein winziger Bruchteil der alten Google-Nutzer. Wenn sich der Staub gelegt hat, sollten die Anleger Googles Qualitäten wiedererkennen. Bis dahin sollte Bart einsatzbereit sein. Das ist der Chatbot von Google. Er ist noch nicht für die breite Öffentlichkeit freigeschaltet. Vor paar Wochen hat man das Tool vorgestellt. Es lieferte jedoch eine falsche Antwort, was für Medienpanik sorgte. Schwupps, stürzte der Aktienkurs ab. Daran sieht man die aktuelle Panik. ChatGPT liefert genauso falsche Antworten. Doch die Medien staunen über dieses Tool. Ich denke, dass Alphabet mit Bart einen ähnlich guten Chatbot zaubern sollte. Man wurde einfach nur von Microsoft überrascht. Deshalb hat man überstürzt Bart vorgestellt und sich blamiert. Das eröffnet für uns Anleger eine spannende Kaufchance. Ich sehe bei 85 Dollar herum langfristige Kaufkurse. Meine ausgewogene Aktie für heute ist PayPal. Ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr über die Aktie gesprochen. Warum ausgerechnet heute wieder? Das Papier befindet sich seit Juli 2021 im Abwärtstrend. Der Kurssturz sieht echt heftig aus. Doch das Gröbste ist meiner Meinung nach überstanden. PayPal dümpelt seit Juli 2022 herum. Damals wurden die 70 Dollar getestet. Im Dezember nochmals. Nun kommen wir wieder in diesen Bereich rein. Rein charttechnisch befinden wir uns jetzt beim potenziellen Boden. Das wäre ein sinnvoller Einstieg. Okay, rein charttechnisch sieht es gut aus. Ich würde aber niemals nur wegen irgendwelchem Chart-Hokus-Pokus investieren. Die Fundamentaldaten müssen stimmen. Schauen wir uns deshalb an, ob auch die Geschäftsdaten für einen Turnaround sprechen. Die grundlegende Richtung stimmt. Das sind die blauen Balken im Schaubild. Sie zeigen das TPV. Das ist eine offizielle Kennziffer, die PayPal jedes Quartal meldet. TPV steht für Total Payment Volume. Da sind alle mit PayPal getätigten Zahlungen zusammengerechnet. Auf den ersten Blick sieht die Grafik nett aus. Die schwarze Kurve ist hier auch das Problem. Sie zeigt, wie stark das TPV-Prozentual ansteigt. Leider flacht das Wachstum immer mehr ab. Und genau das ist pures Gift für eine Wachstumsaktie. Der Hauptübeltäter ist die wirtschaftliche Lage. Letztes Jahr hatten wir bekanntlich großen Inflationsdruck. Die Verbraucher mussten mehr Geld für ihren täglichen Bedarf ausgeben. Das Geld blieb im Supermarkt und in Energiekosten hängen. In so einer Lage gönnt man sich weniger Artikel online per PayPal. Corona ist eine weitere Belastung. Während den ganzen Lockdowns ist massiv Geld ins Online-Shopping geflossen. Man hatte daheim ja sonst nichts zu tun. Außerdem gab es in den USA mehrere Geldgeschenke von Vater Staat. Dieses Geld wurde 2020 und 2021 online verschockt. Doch nun ist das stationäre Handel wieder zurück. Das drückt auf das TPV. Deshalb wächst es nicht immer so dynamisch an. Die FED kämpft jedoch auf der Seite von PayPal. Sie versucht alles, um die Inflation zu senken. Das würde Druck von den Verbrauchern nehmen und sie fleißiger konsumieren lassen. Wir hatten es ja am Anfang des Videos. Die Inflation bleibt überraschend hoch, aber die langfristige Richtung nach unten stimmt. Die Aktie ist komplett zerbompt. Das Interesse der Anleger ist stark zurückgegangen. Das ist ein solider Boden für erste Positionen. Ich bin aber nicht blind, sondern schaue auch auf die Risiken. Das größte Risiko zeigte diese Grafik. In Rot siehst du die Kreditkartenschulden von Privatpersonen. Die sind extrem in die Höhe geschossen. Parallel sind die blau dargestellten Ersparnisse zusammengeschmolzen. 2021 siehst du die Finanzspritzen der US-Regierung. Seitdem geht die Kurve immer weiter runter. Verschuldete Verbraucher, die kein Geld zum Vershoppen haben, sind die größte Sorge von PayPal. Deshalb klebt die Aktie so stark an der Makroökonomie. Geht es wirtschaftlich bergauf, sollte die Aktie steil gehen. Das kann aber bis 2024 oder vielleicht sogar länger dauern. Deshalb würde ich hier entspannt nach und nach Positionen aufbauen. Ich sehe PayPal als langfristiges Bindhold Investment. Meine spekulative Aktie für heute ist ZinLab. Das deutsche Unternehmen ist letztes Jahr an die Börse gegangen und befindet sich seitdem im Sturzflug. ZinLab hat 70% seines Börsenwerts eingebüßt. Wir haben hier einen versteckten und geheimen Marktführer. ZinLab ist Europas größte Laborkette. Die Aktie erhielt am Anfang sehr viel Aufmerksamkeit. Den Grund siehst du hier. Wenn du jemals einen PCR-Test gemacht hast, wurde er mit großer Wahrscheinlichkeit in den Laboren von ZinLab analysiert. Das Unternehmen ist ein großer Corona-Profiteur. Corona ist jeder vorbei. Putin hat das Coronavirus endgültig vertrieben. Das belastet natürlich ZinLab, da Corona-Tests in den letzten Jahren eine gewaltige Einnahmequelle darstellten. 2021 lag der Umsatz bei 3,8 Milliarden Euro. 1,6 Milliarden Euro davon entfielen auf Covid-Tests. Du siehst hier nun den aktuellen Ausblick für 2023. Dieses Jahr erwartet man nur noch 250 Millionen Euro Umsatz von Corona bei einem Gesamtumsatz von 3 Milliarden Euro. Diesen Ausblick hat die Geschäftsführung in ihrem Finanzreport Ende November 2022 rausgehauen. Vor ein paar Wochen gab es ein neues Update. Der Ausblick wurde nochmals auf 2,7 Milliarden Euro gesenkt. Corona-Tests sollen nur noch 50 Millionen Euro davon ausmachen, also quasi nichts mehr. Seit dieser News ist der Kurs um weitere 10% eingebrochen. Die Message ist glasklar. ZinLab ist keine Covid-Aktie mehr. Von jetzt an zählt wieder das normale Geschäft und das entwickelt sich positiv. Der Laborspezialist wächst organisch mit so 4% im Jahr. Es ist aber eine hoch spekulative Aktie, die noch weiter purzeln kann. Ich finde das aktuelle Kursniveau für eine kleine Zicky-Zacky-Zocky-Position in Ordnung. Der Corona-Bonus ist endgültig aus dem Papier rausgeprügelt. Er hat sich sogar in Panik gewandelt und das ist eine potenzielle Turnaround-Chance. Langfristig denke ich, sollte sich das Papier gut entwickeln. Aktuell ist die Aktie jedoch ein fallendes Messer. Ich finde es fundamental in Ordnung einzusteigen. Ich verstehe es aber, wenn manche Anleger nicht ins fallende Messer greifen möchten. Für diese Investoren habe ich einen Tipp. Zeichne dir die langfristigen Abwärtstrends in den Chart ein. Erst dann, wenn der negative Trend durchbrochen wird, steigst du ein. Ich habe dir eine potenzielle Zielzone rot markiert. Du zahlst zwar 10-15% mehr, dafür hast du einen deutlich sicheren Einstieg. So greifst du nicht ins fallende Messer. Hier siehst du diese Taktik bei Tesla. Du steigst dabei niemals im Tiefpunkt ein, doch das willst du gar nicht. Du möchtest nicht ins fallende Messer greifen. Das ist dein Fokus. Du wärst bei Tesla ca. 20% über dem Tief eingestiegen. Dafür hast du das fallende Messer vermieden und durch den positiven Trendbruch wurde viel Energie für weitere plus 70% frei. Ich habe sogar einen zweiten Tipp für dich. Heute bin ich mega großzügig. Der französische Konkurrent Aerofins hat heute seine Zahlen gemeldet und enttäuscht. Es gab einen Gewinnrückgang. Das Papier ist daraufhin um glatte 10% abgestürzt. Die Dividende wurde jedoch beibehalten. Es gibt 1,7% herum. Aerofins ist seit 1997 auf dem Markt und hat sich seitdem stark entwickelt. Die konstante Umsatz- und Gewinnentwicklung spricht für sich. Aktuell drücken Inflation und generell gestiegene Kosten, wie zum Beispiel Mitarbeiterkosten, auf die ganze Branche. Außerdem gibt es so ein bisschen Corona-Panik, weil die Umsätze daraus wegfallen. Ich sehe diese Panik als spannende Kaufchance. Wenn die Synlab zu spekulativ ist, schau dir unbedingt Aerofins an. Welche Aktien möchtest du im März kaufen? Schreib deine Kandidaten für unsere Community unten als Kommentar. Abonniere meinen Kanal, um keinen Finanz-Tipps zu verpassen und denk dran. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.